Der ist auf 3100 Meter. Dort kann man sehr schön Eis klettern. Genau hinter, wo die Spuren hingehen, das ist die Weltallkarte. Gut, du darfst jetzt was sagen. Ich filme dich gerade. Hallo, ich bin cool. Wie geht's dir? Ein schöner Pferd, der in der Mitte ist, also wie? Komm, wie geht's dir? Sensationell. Da hinten ist die Sonnklau Spitze. Hey, Pipps! Puppi! 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 Ja, die Luft ist dünn. Puppi! Das ist ja auch hier. Aber bei der 3-Rolli-Lieb, ja, das war's. Noch abstützen am Eis ist am einfachsten. Abstützen am Eis ist am einfachsten. Ohne Warnsieb. Stütz dich noch ab, am Eis. Ab allen Vieren gehen, weißt du? Das ist schlecht. Und... Papa, das ist ja aufwärts. Sehr klasse. Mit dem Schneewerde. Müsst man eigentlich hoch, das ist ein Puls. Weg drückst du. Geht einfacher. So. Wenig. Du bist ja nachtig. Du bist ja noch nicht weit, oder? Boah, ich hab mir schon Zeit. Im sechsten Monat schwanger. So, man sieht das klar. Das war jetzt sehr übersichtlich, man hat's gut gesehen. Mal. Hey. Nee, komm her. Das war's für heute. 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 Wie geht's? Super! Alles in Andock? Super! Kannst du zufrieden mit uns? Kannst du zufrieden mit uns? Danke! Oh, es ist ein Fake! Oh, es ist ein Fake! Das ist der Klaus, der Mann, der mit dem Weg gespurt hat. Ich spüre es auf! Und leer! Schön! Ja! Doch, der Daumen im Bauder! J'ai Grenier! Jolanda! Der Kameragen ist gelassen, hat das. Das ist nur neu. Ich hab die Fahrt. Pau der Kuh. Geht schon drauf. Gut? Noch nicht. Gut? 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 Ja! Der Verrückte. Ich glaube, dem wird mir die größte Freude gemacht. Ich glaube, dem wird mir die größte Freude gemacht.